Nein! Zur Seite, zur Seite! Und jetzt pass auf, pass auf! Boom! Surprise, Motherfucker! Was geht, Leute? Mein Name ist Loaded D-D-D-Danny B-B-B-B-Nitsch! Ich dachte mir gerade, ich nehme noch mein drittes Game auf, ist... Ah, die Map kenne ich, die Map kenne ich, die habe ich auch gespielt auf dem Advanced Warfare Event. Ich dachte mir, nehme ich nur noch mein drittes Game auf, weil... Ich weiß, ich kann einfach nicht aufhören, gerade zu zocken. Ähm, Read, Read nennt sich die Map, Abschluss bestätigt mal wieder. Ich finde den Spielmodus ganz geil, ich hätte jetzt einen anderen wählen können, wollte aber nicht aus der Lobby gehen. Heute spielen wir mit derselben Klasse, aber mit der B-A-L, Ball 27, glaube ich, oder? Äh, Ball 27, ja. Weil würde es B-A-L heißen, würden alle Buchstaben losgeschrieben werden, glaube ich. Deswegen Ball 27. Und, äh, ja, mal sehen, was die Waffe kann. Ist die erste Waffe, was ja nicht unbedingt heißt schlechter. Viele denken ja immer, ja, erste Waffe gleich die schlechteste, aber ist ja Schwachsinn. Natürlich ist die letzte Waffe meistens irgendwie ziemlich, ziemlich gut, aber ja. Die Map kenne ich übrigens. Kenne ich sogar ziemlich gut. Die habe ich gespielt auf dem Advanced Warfare Event. Oh, Baby. Ein Double Kill, ja, da sind sie zum Deutschen in der Lobby. Oh, Baby, oh, Baby, oh, Baby, das will ich sehen, meine Freunde. Äh, oh, oh. Hallo? Kannst du dich verpissen, teammate, Alter? Ich warte gerade. Oh, ich hab Schwobvorrat, Alter. Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich geh den Doktor aufheben. Oh, hinter mir, was? Hinter mir. Ja. Ich verstehe das noch nicht ganz mit dem Exus. Achso, okay, so kann man zur Seite. Nach vorne kann man aber nicht, ähm. Ah, okay, ich verstehe, okay. Ja, okay. Kann man auch nicht unendlich lang machen, glaube ich. Ne, der Spaß hat auch immer mal sein Ende. Scheiße, komm her. Oh, shit, das war nice. Ich will die Doktags aufnehmen, aber ich glaube es dann nicht. Nein, oh, komm schon. Aber wir gewinnen. Zehn zu drei, Gott, ich gewinne die letzte alle Spiele irgendwie, das ist nice, Alter. Das ist sehr nice, meine Freunde. Da ist einer. Oh, shit, der hat zuerst geschossen. Haben wir wahrscheinlich zuerst gesehen. An der Connection kann es nicht liegen. Ich habe einen 12er Ping. Bei mir. Deswegen ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass es in der Connection liegt. Also habe ich kein Aussehen mehr. Scheiße. Ich muss mir neue Aussehen einfallen lassen. Die Steuerung ist nicht so gut. Ne, die ist schon gut eigentlich. Ich weiß aber nicht. Mir fallen keine ein. Oh, shit. Meine Güte. Ich werde die ganze Zeit gekillt. Das Spiel macht aber so viel Spaß. Ich könnte es den ganzen Tag zocken. Und das werde ich wahrscheinlich auch den ganzen Abend halt. Oh, shit. Oh, ich habe wenigstens Kill bekommen. Und wir gewinnen. Aber 14 zu 9. Langsam holen die auf. Das ist nicht gut. Das geht ziemlich schnell hier in diesem Game. Was ist das hier? Hier kann man sich hier legen. Wow, sieht das geil aus, ne? Ist wahrscheinlich so ein Urlaubsort. Natürlich herrscht hier dann Krieg. Alles wird gut. Hätte man sich nicht den besseren Ort aussuchen können, da freue ich mich schon auf meinen nächsten Urlaub. So. Ja, das sind Deutsche in der Lobby natürlich. Und wo kommen die denn bitteschön? Ich kann es euch nicht sagen. Hm. Ne, ich weiß es nicht. Ernsthaft nicht. Was? Komm schon, Alter. Kann ich ihn auf Stumm stellen? Ah, das geht sogar? Ne. Natürlich ist er. Natürlich habe ich jeden auf Stumm gestellt. Außer ihn. So. Ist auf jeden Fall eine Map, wo es ein... Das ist quasi ein Urlaubsort. Sieht nach einem Hotel aus. Und es sieht ziemlich, ziemlich schick hier aus. Sehr, sehr schick sogar. So. Na. Ach du meine Güte. Oh, komm schon. Oh, shit. Und die gehen nach holen ein. Das ist scheiße. Okay, Leute. Ich werde mich eher auf die Doctex fokussieren müssen, weil ich will nicht verlieren. Wäre richtig geil, wenn ich die Spiele noch gewinnen könnte. Ich kann euch aber nicht sagen, von wo die kommen. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Was halt am Anfang so ist, ne. Oh, shit, shit, shit. Von wo, von wo, von wo? Der Typ müsste da runterkommen. Der ist da oben gerade. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ich würde euch auf jeden Fall noch sehr, sehr gutes Gameplay liefern. Wird zwar eine Zeit lang dauern. Weil ich auch, ja, gut in dem Spiel werden muss. Aber es ist gerade richtig scheiße. Was habe ich? 6 zu 8. Komm schon, ernsthaft? Ich kenne diese Map sogar ein bisschen. Ernsthaft? Ich weiß nicht, was los ist gerade. Komm schon, was? Okay. Ist dann ein bisschen peinlich. Ist dann ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Feindliche Drohne. Oh, gut. Die Griena dominieren und sie... Ach, scheiße. Ja, die Gegner dominieren einfach. Ein Assist. Hebt das auf. Hebt den Doktor drauf, Mann. Hinter mir. Da habe ich gesehen. Gib mir die Waffe. Ich hebe sehr gerne andere Waffen auf. Die Waffe ist richtig geil. Die habe ich auch gespielt. Als ich, äh... Ah, was machst du hier? Die Waffe ist gut. Die Waffe ist sehr gut. Ich nehme mal die Waffe hier. Äh, so. Ich weiß, ich sollte mir das abgewöhnen. Bla, 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 bla. Nice, nice, nice. Ein Kill gemacht. Oh, das war gut. Das war gut. Das war gut. Gut gemacht, Teammate. Nein. Zu Seite, zu Seite. Und jetzt muss er auch. Pass auf. Surprise, motherfucker. Haha. Yeah, baby. Ich liebe diese... Oh, wow, 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 wow. Ach so, scheiße. Oh, ohne bereits. Ja, schön, damit helfe ich mein Team. Und wir führen wieder. Ich hoffe, dank mir. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht. Gib mir das. Auch eine sehr interessante Sache. Die Doctics fliegen nicht nach unten, sondern die bleiben oben. Oh, ich habe nur noch die Pistole. Scheiße. Ah, ich kenne nie jemanden mit der Pistole. Das ist echt scheiße gerade. Unsere Drohne ist online. Nice. Drohne online. Vielen Dank. Die Waffe ist, ähm, ganz gut eigentlich. Also irgendwie ist jede Waffe hier bis jetzt ganz gut. Ich, ich, ich schätze mal, es wird wieder eine Waffe geben, die sehr gut ist. Aber ich kann es euch nicht sagen, welche das ist. Ich denke, das wird dauern. Dauert ja immer eine Weile. Das Spiel ist neu raus. Ja, ist neu rausgekommen. Oder es ist noch nicht mal rausgekommen. Ich habe es nur jetzt. Sagen 9, er reicht. Was sehr schön ist. Wie viele Levels es hier insgesamt gibt, ich weiß es noch nicht. Es tut mir leid. Ich zeig dich, wo ist er. Fand ich die Drohne über uns. Fand ich die Drohne über uns. Scheiße. Das habe ich gesehen, mein Freund. Das habe ich gesehen. Ich brauche auch mal eine Drohne. Habe noch meine letzte Killstreak gar nicht bekommen in den letzten drei Spielen. Nein, auch von oben. Ah, scheiße. Ich kann es nicht wissen. Ich kann es ernsthaft nicht wissen. Also es geht nicht, nicht möglich. Das Spiel ist auch sehr skillbasiert. Ihr müsst hier einen einzelnen Ort wissen, wo ihr angeschossen werden könnt. Das Ganze ist halt so, je mehr man spielt, desto besser wird man. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Hinter mir. Ach, scheiße. Ah, fuck. Verdammt. Ich versuche hier, das übrigens mein Bestes zu geben irgendwie. Wer übrigens die ersten zwei Spiele verpasst hat. Ich kann sie gerne mal verlinken oder einfach auf meinem Kanal vorbeischauen. Da wird es in Zukunft und natürlich auch gab es schon mehr Call of Duty Advanced Warfare Videos. Ja. Da waren drei Stück. Ist bisschen komisch. Irgendwie jeder ist irgendwo. Also die Gegner befinden sich immer auf den Dächern oder sowas. Vielleicht soll ich das auch öfter tun. Ich gehe nicht so oft auf Dächer. Vor allem, ich wundere mich, wieso es da überhaupt eine Leiter gibt. Also wozu? Wenn man hier überall drauf springen kann. Das ist richtig. Das ist ein superrelles Feature. Man könnte auch denken, dass man irgendwie Gegner schwerer treffen kann durch dieses ganze Rumgehöpfe. Aber das ist nicht der Fall. So, der Typ ist da drin. Ich habe dich auf der Karte gesehen. Gehen wir in die Waffe. Nein, ich mache Druckfunkvisier. Sehr schön. Von wo kommt die? Von links. Ah, von Lea. Genau, von links. Oh man. Ich sehe jetzt schon, die Gegner kommen von überall. Wow, what the fuck. Wie sieht das aus? Ach du Scheiße, wie geil. Das ist so etwas, so ein Laser. Die kann man steuern. Ich würde ihn euch gerne zeigen, aber ich glaube, ich habe ihn noch gar nicht. Es sei denn, das ist mein letzter Killstreak und ich weiß nichts davon. Zu den Klassen werde ich auch noch ein Video machen. Die sind nämlich auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und ich sage euch dann auch, was ich genau gut finde an diesen Klassen. Oh shit. Was tun hier, man? Vor allem ist der Dohne über uns schon wieder. Gott, wie ich das nicht leiden kann, man. Ich kann es nicht leiden. Wie seht ihr? Die kommen alle, weil... Ah, ich glaube, man muss Geist mitnehmen. Vor allem am Anfang haben sehr viele Leute Dohne, weil sie noch keine anderen Killstreaks haben. Was ja jetzt nicht Schlimmes ist. Oh, wir haben... Wir haben verloren. Oh shit. Okay, wir haben verloren, leider. Gut, das ist die Killcam. Übrigens ziemlich geiles Emblem oder Avatar. Avatar heißt es ja. Mit diesem Löwen sieht richtig geil aus. Und ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen. 21 zu 17. Das ist mein drittes Game bei Call of Duty Advanced Warfare. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, bewertet mit einem Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.